Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf ein Video, was auf meiner Startseite war. Ich glaube, es hat mir keiner vorgeschlagen. Wenn doch, dann entschuldigt bitte dafür. Und kuss an die Person, die mir das denn vorgeschlagen hat. Und zwar YouTube-Kacke. Scheiß-Werbung. Das Video von Detlef Soos. Ich weiß gar nicht, ob wir den Kanal schon kennen. Also ein sehr lütter Kanali. 262 Abonnenten. Wir alle haben mal klein angefangen. Aber mich hat der Titel sofort abgeholt. Denn ihr wisst, ich bin ein großer Werbungs-Enjoyer. Gerade von Hunter96, die Videos. Da müssen wir auch mal gucken, ob der mal wieder ein neues Video rausgehastelt hat. Und ich würde sagen, ich habe Stefan dabei. Wir gehen rein. Let's go. Du vögelst Kartons. Auch, ja. Natürlich. Wer nicht. Also, wer nicht? Tut das nicht weh, so vom Ding her? Ich kann mir... Ich weiß nicht. Aber sind es dann große Kartons? Oder kleine Kartons? Also ich stelle mir das so vor. Das ist ein relativ großer Karton, in den ein Loch halt reingemacht wurde. Aber das ist ja trotzdem nicht so geil, oder? Also, na gut. Oh Mann, ey. Warum habe ich damit nicht gerechnet? Ich scheiß mich an. Übrigens, das ist gar keine Coca-Cola. Das ist Coca-Cola. Der Geschmack? Zucker. Siehst du? Der Geschmack? Zucker. Wenn du willst, kannst du alle lachen. Wenn du willst, bin ich gar nicht deine Freundin, sondern... Und wir sind gar nicht im Stadion, sondern im Wohnzimmer. Wir sind gar nicht im Stadion, sondern im Wohnzimmer. Und wir feiern den Sieg. Aber nicht hier, sondern hier. Und wenn du... Ey, bro, fuck, ey. Ich weiß nicht, ob ich das Video verwenden kann. Scheiße. Nach Hause kommst. Kommst. Nur nach Hause. Bin ich Manuel Neuer. Du, Kanagel, kannst alle lachen. Mit Coke Zero. Null Geschmack. Echter Zucker. Okay, wir hoffen einfach mal, dass die anderen Werbungen nicht so sind. Weil ansonsten habe ich wirklich ein Problem. Ansonsten eigentlich wirklich... Leute, ihr müsst das verstehen. Es ist nicht so einfach bei meinem Kanal. Das ist, ähm... Wir bewegen uns auf dünnem Eis. Und das Ganze schon seit anderthalb Jahren. Also wir spielen wirklich... Wir spielen Limbo. Wir spielen Limbo mit dem Kanalband. Ich sag's euch. Wir bei Jen and Berries schauen immer, wie wir... Ja, Mann. Jen and Berries. Ihre beliebtesten Saucensorten noch tocken können. Zum Beispiel, wie man Cookie Dough, Whirl Dough noch cookier machen kann. Cookier. Aber bei den ganzen großen... Hä, hat der Atze von der Jen and Berries Werbung... Ja, ich nenne das jetzt so. Hat er nicht... Hat er nicht früher so einen übelst krassen amerikanischen Dialekt-Akzent gehabt? ...soßenstöckchen und all den Walder-Zutaten ist da eigentlich Platz mehr. Der beste Weg, noch einen draufzusetzen, ist es deshalb, noch einen draufzusetzen. Wir präsentieren das neue Bitch. Und diesen kleinen Son of a Bitch. Ich find die aber nicht so geil, sag ich. Ich find die nicht so geil. Ich würde auch sagen, ich würde mir die nicht kaufen. Ich bin sehr großer Ben & Jerry's Fan. Ja. Ich muss auch sagen, Salted Caramel und Cookies in Cream oder Cookie Dough sind eigentlich die nicesten Eissorten. Weißt du, das ist doch Caramel Core. Hast du den mal probiert? Nee, nee. Du hast so einen Karamellkern in der Mitte und links ist halt so Vermüllschokolade und rechts ist so Schokri. Und das ist halt übergeil, weil du halt mit der Karamell dann halt das Eis essen kannst. Das ist ultra geil. Und ich spare nicht am Karamell. Das ist ja gut. Cookies und Ice Cream und Eye Cream. Good together, any bitch way. Hallo, hola. Mit dem 1&1 Hohns. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Sie haben ja vergessen, das Logo runterzukratzen, verdammt. Aber haben Sie bestes WLAN? Doch ein neues Gerät ins Netz zu bringen kann nur noch kompliziert sein. Komplizierte Einstellungen. Kompliziertes Produkt. Bedienungsanleitung. Damit ist jetzt Schluss. Sus. Kann ich helfen. Wir helfen Ihnen, Ihre Geräte ins Wow, man. Bro. Also irgendwie, irgendwie riecht eine Übernahme. WLAN zu bringen. Damit ist jetzt Schluss. Mit Expertenberatung für alle Geräte, egal wo gekauft. Jetzt inklusive bei 1&1 ESL für endlose Surfen und Telefonieren. Und Telefon-surfen und endlose Surfenieren. Heute und da. Morgen bestellt. 1&1.de und 1.de und de. 1. Und e.e. Es nerf noch. Hallo, bin Marcel Davies. Okay. Wieso macht sie zu? Check ich jetzt auch nicht so ganz. Auf dich, auf deine Freunde, auf... Auf alle eingerichtet. Mit deinem Wohnzimmer von alle... Bei Jen & Jerry's beginnt alles mit... Jaka. Jen & Jerry's. Jetzt ist es auch immer mal Jen & Jerry's, ey. Stell dir vor, auf vor. Stell dir vor, auf vor. Wir mischen unsere Feffertrade Cookie Dough Ice Cream mit unseren Brownies, die sozial benachteiligten, kleine zweite Chance bieten. Hört sich durchgeknallt an? Genau das ist es. Lecker. Ben & Berries. Just a man. Ey, irgendwie hab ich gehofft, dass jetzt noch Ben & Berries kommt. Oh Mann, ey. Ey, ich kann das doch alles nicht mehr. Warum sind das 1&1 Cookies? Jen & Jen. Peace, love and peace cream. Wish hat actually Werbung, das hab ich noch nie gecheckt. Warum haben die Werbung? Wie können die sich Werbung leisten? Ich hab keine Ahnung. What's it gonna be? Yes! 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 Oh Mann, echt. Das ist so unfassbar viel Pixeln. Ich hab darauf keine Lust. Oh Mann. Bestimmt fragen sie sich oft, wie ich mir mein Leben... Reich mit Reis. Jetzt geht's aber ab. ...imstil leisten kann. Nein! Ganz einfach. Harte Arbeit. Vor allem mein Geld muss arbeiten. Ja Mann, ey, ohne Witz. Harte Arbeit. Das hat's immer gebracht. Wenn ihr nicht genügend Geld verdient, hä? Dann verdient doch einfach mehr. What the fuck? Ich liebe das einfach. Ich liebe diese Advices von solchen Superreichen. Einfach nur geil. Richtig. Dafür hab ich die besten Experten. Richtig. Auch sie können von ihnen profitieren. Richtig. Das Reich mit Reis-Programm für nur 8,08 Euro im Monat. Informieren Sie sich jetzt unter reichmitreis.de. Reis-Programm für den Kanal. Reis-Programm für den Kanal. Reis-Programm für den Kanal. Dieses Logo sieht halt so legit aus, ne? Ja. Holy shit. Ein sehr unlustiges Video. Ja, das ist tatsächlich bei diesem Charakter, den er zuletzt zu sehen war, keine Überraschung, dass das Video denn unlustig wird. Also, ähm, wildes Video. Mehr sage ich dazu nicht. Ähm, schaut dennoch bei, ähm, Detlef Soos auf dem Kanal vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich weiß echt nicht, ob wir da mal vorbeigeschaut haben. Vielleicht machen wir das nochmal, vielleicht auch nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall alles unten in den Videobeschreibungen verlinkt. Lass doch ein bisschen Liebe da. Würde mich sehr, sehr freuen. Würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr mein Kanal ein bisschen Liebe da lasst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Liken, ein Abo, ein Kommentar da. Schreibt mir gerne neue Vorschläge in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.